Der blaue Tiger, die grüne Spinne, der orange Pinguin. Oh, wie heißt das denn? Betonmischen für den Hausgebrauch. Das habe ich überall gesucht. Ist das dein Buch, Papa? Nein, ich habe es mir in der Bücherei ausgeliehen. Was ist denn eine Bücherei? Da kann man sich etwas zum Lesen ausleihen. Und wenn man damit fertig ist, bringt man es zurück. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm, du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine Gute-Nacht-Geschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Betonmischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Pepper, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist morgen. Pepper und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah. Hier stehen aber viele Bücher. Psch, Pepper. In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen. Und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte. Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immerher damit. Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ähm, ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz? Sie haben dieses Buch ja schon seit zehn Jahren. Schusseliger, Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Papa Wutz kocht eine Gemüsesuppe zum Mittagessen. Papa, kann ich dir helfen? Dankeschön, Pepper. Du kannst gerne die Gemüseschalen hier wegräumen. Na klar. Halt, Pepper. Die Gemüseschalen kommen nicht in den normalen Mülleimer. Sie gehören in diesen braunen hier. Oh. Na, na. Richtig, Schorsch. Das ist eine Bananenschale. Und hier sind auch noch Reste von Zwiebeln, Karotten und allerlei anderem Gemüse drin. Oma und Opa werden begeistert sein. Essen Oma und Opa Wutz denn wirklich so gerne Kartoffelschalen? Nein, Pepper. Die sind für Opas Garten. Sie helfen den Pflanzen beim Wachsen. Oh. Wir können sie ihnen ja nach dem Essen vorbeibringen. Oh, yippie. Mama Wutz, Pepper und Schorsch bringen die Gemüsereste zu Oma und Opa Wutz. Wir sind da. Hurra. Opa Wutz. Opa, los. Wir haben dir ein besonderes Geschenk mitgebracht. Ah, prächtige Gemüsereste. Fantastisch. Mein Garten wird sich darüber freuen. Gibst du deinem Garten wirklich Gemüse zu essen? Ho, ho. Nein, Pepper. Diese Gemüsereste sind doch für meinen Komposthaufen. Was ist das? Ich zeige ihn dir. Hier ist er. Das ist ein Holzkasten. Ja, Pepper. Aber es ist ein ganz besonders schlauer Holzkasten. Ich schütte die Gemüsereste hier oben rein. Und wenn ich hier unten aufmache, kommt wunderbare Erde raus. Die heißt Kompost. Wie funktioniert denn das? Ist das ein Zauberkasten? Ho, ho. Nein, Pepper. Ich habe ein paar kleine Freunde. Und die helfen ihm dabei. Wo denn? Hier drin. Guck mal. Ah, wabbelige Würmer. Wabbel, wabbel. Opa Wutz, hast du auch dein Handy dabei? Ja, Oma Wutz. Lass es nicht ins Wasser fallen. Nein, Oma Wutz. Ist es denn auch an? Ja, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Da ist Opa Kleff. Ahoi auch. Ahoi auch. Schöner Tag für eine Bootsfahrt. Ich würde auch fahren, aber ich muss mein Boot sauber machen. Ho, ho, ho. Warum machst du diesen rostigen alten Kahn überhaupt noch sauber? Ich wundere mich, dass er immer noch schwimmt. Der rostige alte Kahn wird noch schwimmen, nachdem deine Zinnbüchse längst auf den Grund des Flusses gesunken ist. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Voll Dampf voraus. Wiedersehen. Ich bin der Käpt'n auf dem Boot und wenn euch der Käpt'n sagt, was zu tun ist, müsst ihr das auch tun. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Schorsch, hisst die Flagge. Schorsch, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Peppa, läute die Glocke. Opa, darf ich mal der Käpt'n sein, bitte? Okay, aber der Käpt'n muss diese Mütze tragen. Jetzt ist Peppa der Käpt'n und alle müssen tun, was sie sagt. Leute die Glocke. Dreh am Steuer. Ei, ei, Käpt'n Peppa. Hippt auf und ab. Peppa übertreibt es ein bisschen. Vielleicht sollte ich wieder der Käpt'n sein. Wir wollen doch nicht irgendwo gegenfahren. Ein Boot zu steuern ist gar nicht so einfach. Zum Glück kann ich aber gut steuern. Oh weh. Das Boot von Opa Wutz ist gegen eine kleine Insel gefahren. Was für ein wunderbarer Tag zum Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Papa, musst du denn heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa. Heute ist doch Samstag. Samstags hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz. Oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Donnerstags arbeitet Papa Wutz. Bis später. Wiedersehen. Armer Papa, er muss arbeiten gehen. Du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen. Aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Luzi, Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Frau Locke, arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Laufen, springen und hüpfen. Mama, das ist keine Arbeit. Das ist Spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Hallo, Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich, ich, ich. Peppa und Luzi sind die Verkäufer. Und alle anderen können die Kunden sein. Peppa und Luzi tun so, als wären sie Verkäuferinnen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also, ich kassiere das Geld, Luzi. Und du räumst die Regale ein. Ja, gut. Das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima. Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu. Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation. Alle aussteigen. Da ist Elenas Zug. Elena. Bonjour ist Französisch und heißt Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer. Nach ganz nach oben im Haus. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm. Wann sind wir denn endlich da? Noch nicht ganz, Pepper. Wir können ja ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Meine ist orange. Meine ist rot. Schorsch. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau. Fein. Ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Los geht's. Da kommen Molly und Frau Mieze in ihrem grünen Auto. Haha, grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gewonnen. Hallo Molly. Miau. Hallo Pepper. Da kommen Klausi und Opa Clef in ihrem orangenen Abschleppwagen. Orange. Ich habe gewonnen. Hallo Klausi. Hallo Pepper. Hoho. Da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi. Hallo. Hallo Pepper. Blau. Ja, Schorsch. Es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Oh, das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Pepper. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Ähm, es ist rot. Gewonnen. Gewonnen. Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da. Hurra. Guckt mal, was für eine schöne sonnige Aussicht. Ah. Oh je, es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne sonnige Aussicht? Äh, da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo Frau Mümmel. Hallo Papa Wutz. Viermal Eiscreme bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pistazie, Orange, Erdbeere und Blaubeere bitte. Ja, gerne. Puppe koch ich Suppe. Entschuldigung Madame Gazelle. Oh je, Pedro hat Husten. Nur keine Sorge. Ich rufe Doktor Braunbär an. Doktor Braunbär am Apparat. Hallo Doktor, ihr spricht Madame Gazelle. Ein Kind ist krank. Keine Panik. Ich bin schon unterwegs. Was fehlt denn dem Patienten? Ich hab ganz doll Husten. Verstehe. Kratzt es dich denn im Hals oder eher in der Brust? Ähm, ich weiß nicht genau. Aber wenn ich huste, klingt das so. Hm, und wann hast du diesen Husten bekommen? Als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes. Aber Petros Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Bäh. Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Doktor Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen. Dachte ich's mir doch. Petros Husten ist ansteckend. Klausi, Kleff und Luzi Locke haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh. Nach ekligem Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch guttun. Wirst du eigentlich nie krank, Doktor Braunbär? Nein, Pepper, ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Bis später. Tschüss. Wiedersehen. Armer Papa. Er muss jeden Tag zur Arbeit. Armer Papa. Los, komm. Wir spielen. Ja, spielen wir. Pepper liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schorsch liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Und Mama Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgespritzt. Keine Sorge, wir waschen es einfach. Wir waschen es ratzfatz. Papa wird gar nicht merken, dass es vollgespritzt war. Hihihi. Wir haben bestimmt noch was, was wir mitwaschen können. Mama Wutz und Schorsch haben noch mehr schmutzige Wäsche gefunden. Sehr gut, Schorsch. Wir stecken die Wäsche hier rein und dann schalten wir die Maschine an. Die Waschmaschine füllt sich mit warmem Seifenwasser. Hihihi. Schwapp, schwapp, schwapp. Schwapp, schwapp, schwapp. Hihihi. Die Waschmaschine schüttelt die ganze Küche durch. Hihihi. Oh, Pepper, wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh, nein. Hihihi. Guck, Mama. Mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Ja, schon, Pepper. Aber jetzt guck dir mal die anderen Sachen an. Oh je. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee. Mama Wutz, schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatt. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz. Du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss ganz voller Enten. Entenland. Wir fahren zum Entenland. Peppa und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Wenn wir Picknick machen. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Äh, ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wof? Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Na, wie? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah. Dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Ähm, hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch. Linus' Löffel ist da. Ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus. Ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sage Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. 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 Erdapfel. Mama. Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Woher nehmen wir bloß das Geld, um das Dach zu reparieren? Wir machen einen Spendenlauf. Was ist ein Spendierlauf? Man macht ein schönes Picknick und spendet Geld, um Leute laufen zu sehen. Und je mehr Geld man gibt, desto weiter laufen sie. Gute Idee, Papa Wutz. Wie weit können sie laufen? Was? Also ich kann so weit laufen, wie sie möchten. Aber Papa, du kannst doch gar nicht so weit laufen. Unsinn. Ich bin doch Experte im Laufen. Gut. Möchte denn sonst noch jemand laufen? Nein, danke. Aber ich spende gerne, um Papa Wutz laufen zu sehen. Ich auch. Und ich. Exzellent. Dankeschön, Papa Wutz. Peppa und ihre Familie essen Spaghetti. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon drei Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa. Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist. Das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis ihr ihn schafft. Bis zum Supermarkt. Dann bis ihr ihn? Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis ihr ihn? Burg Wetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los. Ich habe es geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer, Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burg Wetterstein. Oh. Ich gehe zu einer Feuerwehrübung nur für Mütter. Ui. Ein guter Vorwand für eine Tasse Tee und ein Schwätzchen. So, was hast du denn heute vor, Papa Wutz? Ich habe ein wichtiges Treffen mit der Fußballmannschaft für Väter. Pah, das sind doch nur große Jungs, die einen Fußball herumkicken. Also, wir wollten auch noch grillen. Da sind Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Mo, kann Papa Wutz rauskommen zum Spielen? Hihi, los geht's. Mama, dürfen wir das Feuerwehrauto angucken? Ja. Oh, prima. Das ist die Feuerwache von Frau Mömmel. Hallo, Pfeffer und Schorsch. Wollt ihr mal das Feuerwehrauto sehen? Schall. Feuerauto. Es hat eine Leiter zum Klettern, einen Schlauch zum Wasserspritzen und eine große Glocke zum Bimmeln. Ding, dong, ding, dong. So, jetzt gehen wir nach oben und halten Ausschau nach einem Feuer. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wie wäre es mit einer Tasse Tee und einem Schwätzchen? Das klingt fein. Ui, ein Telefon. Peppa, das ist das Feuerfon. Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt. Ah, Feuer, Feuer. Hier, Feuerwache, wo brennt es, wo brennt es denn? Kann ich bitte mit Mama Wutz sprechen? Oh, es ist Papa Wutz. Papa Wutz, du darfst nicht auf diesem Telefon anrufen. Es ist nur für Notfälle. Es ist doch auch ein Notfall. Ich kann das Tomatenketchup nirgendwo finden. Papa Wutz, soll ich vielleicht mal den Grill anmachen? Ja, bitte, Herr Löffel. Oma und Opa Wutz kommen zum Abendessen. Hallo. Hallo. Wo sind Peppa und Schorsch? Schlafen schon. Oh, ich wollte sie so gern noch sehen. Darf ich mal reinschauen? Na gut, Oma Wutz. Aber sei ganz leise. Oma Wutz. Oma Wutz. Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also, es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Petro Pony. Und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Petro pflanzte die Bohne ein und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Petro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Einen schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und jeder wartet, bis er dran ist. Hoho, ich weiß doch, was eine Rutsche ist, Peppa. Ich hatte früher auch mal eine, als ich ein kleines Schweinchen war. Hattet ihr damals auch Schaukeln in der uralten Zeit? Hoho, wir hatten Schaukeln, Klettergerüste und Karussells. Oh. Aber am liebsten war mir die Rutsche. Genau so geht's mir auch. Hui. Alle warten, bis sie beim Rutschen drankommen. Hui. Böser Linus. Du musst doch warten, bis du dran bist. Für Linus' Löffel ist es schwer zu warten, bis er dran ist. Oh je, es ist nicht immer leicht, klein zu sein. Stimmt's, Linus? Weil Linus noch so klein ist, sollte er nicht warten müssen. Ich würde die Regeln lieber nicht ändern, Opa Wutz. Unsinn. Die Kinder verstehen das, nicht wahr? Hui. Aber Opa, Schorsch ist doch auch klein und er muss trotzdem warten. Ja, Schorsch ist noch klein. Also, dann muss er auch nicht warten. Hui. Oh weh, Linus und Schorsch rutschen die ganze Zeit. Opa, dann sind wir mit dem Rutschen dran. Keine Sorge, Peppa. Sie werden schon nicht so lange rutschen. Hach, mir ist so langweilig. Mir auch. Dann lass uns doch schaukeln. Pedro Pony sitzt auf der Schaukel. Pedro, kann ich jetzt mal schaukeln? Ich will nur ein ganz kleines bisschen noch. Aber du sitzt da doch schon seit Ewigkeiten drauf. Ha, ha, ha. Alle sind als Piraten verkleidet. Ho, ho, ho. Pedro Pony ist als Cowboy verkleidet. Hü-ja. Ahoi auch, ihr Landraten. Das ist Opa Clef, verkleidet als Pirat. Hallo, Opa Clef. Nenn mich Captain Clef. Hallo, Captain Clef. Welchen von euchs kaputt gebeutelten Piraten dürstet es nach gehörigem Glabauta auf Rauersee? Warum redet er so komisch? Das ist Piratensprache. Wer von euch feiern will wie ein Pirat, sagt Harrrr. Harrrr. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Clef hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Harrrr. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Captain Wook. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Captain Wook stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Captain Wook ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Captain Wooks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Rutsche. Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis später. Dann bis später. Hereinspaziert. Fangt das Entchen und gewinnt den Riesenteddy. Mama, können wir auch mal? Na gut. Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesenteddy, Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra! Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesenteddy. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Hm, der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du da rauf fällst? Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh. Es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro, bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh, es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh, also gut. Oh. 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 Und ihr, habe ich schöne Bilder, die mir geschickt wurden. Das ist ein Apfel. Oh. Oh, ihr wisst es schon. Obst und Gemüse zu essen hält euch fit. Ich bin gut im Obst und Gemüse essen. Und Sport treiben ist wichtig. Deshalb werde ich heute auch ein neues Fitnesscenter in der Stadt eröffnen. Mama, können wir da hingehen zu Mr. Kartoffel? Das ist aber weit weg, nur um eine Kartoffel zu sehen. Es ist ja nicht irgendeine Kartoffel. Es ist Mr. Kartoffel. Können wir hin und ihn ansehen, Mama? Bitte. Oh, na gut. Hurra. Alle wollen dabei sein, wenn Mr. Kartoffel das neue Fitnesscenter eröffnet. Seht mal, da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel. Es ist nur Peppa. Oh. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Luzi dachte, du wärst Mr. Kartoffel. Ich sehe doch nicht aus wie Mr. Kartoffel. Nein, du bist viel zu groß. Mr. Kartoffel ist aber größer als ich. Nein, ist ja nicht. Er ist doch eine Kartoffel. Und Kartoffeln sind so groß. Da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Hurra. Boah, ist das eine große Kartoffel. Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich. Wir sollten alle Sport treiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Ähm. Sind alle zur Abfahrt bereit? Ja, Papa Rutz. Dann geht's los. Wir fahren auf den Spielplatz. Wir fahren auf den Spielplatz. Peppa und Schorsch lieben es, auf den Spielplatz zu gehen. Oh, warum haben wir denn gestoppt? Da ist ein Verkehrsstau. Aber wie kommen wir denn jetzt zum Spielplatz? Keine Sorge, Schorsch. Die Autos fahren gleich wieder weiter. Stopp. Herr Bulle hält den Verkehr an. Wo ist das Problem, Herr Bulle? Muuu, wir reißen jetzt die Straße auf. Das Wasser kommt ja aus dem Boden raus. Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Bagger, Bagger. Schorsch liebt Bagger. Hier rüber, Herr Rieder. Okay, Boss. Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Boah. Wir drehen das Wasser ab. Schorsch liebt Kräle. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro. Du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Oh, verliere ihn aber nicht noch mal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra. Tuffti-Tuff, Tuffti-Tuff, der Zufler fährt jetzt ab. Keuch und schnau, Keuch und schnau, Tuffiti-Tuffiti-Tuff. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoi-Au. Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Bine. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Kinder, morgen ist unser Talent-Tag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen. Und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talent-Tag, Morgan. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Ich hab noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich hab ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talent-Tag. Meine Talente sind Seilspringen, Singen und Tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Ahem. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Ah. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Oma Wutz. Ach nee, los. Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen. Bis später. Wiedersehen, Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüppiges Bett. Hüppiges Bett. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So. Und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz. Opa, los. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh. Und hier sind meine Erbsen. Ah. Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein, mein schöner Salat. Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel. Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meine Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo. Und das ist Günter. Weiß jemand von euch, wofür Zahlen da sind? Sind Zahlen nicht zum Zählen da? Ja, Peppa. Wer von euch kann denn schon zählen? Ich, 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 ich. Okay, Pedro. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Pedro hat bis vier gezählt. Gut gemacht, Pedro. Kann jemand schon weiter zählen als bis vier? Ich, ich, ich. Luisa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Luisa hat bis sieben gezählt. Gut, ausgezeichnet, Luisa. Madame Gazelle? Ja, Molly? Meine Mama kann bis zehn zählen. Boah. Ja, nach sieben kommt acht, neun, zehn. Acht, neun, zehn. Sehr gut. Es ist Spielzeit. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen Gansalchen springen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß, was wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. Hurra, hurra. Pedro, möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Peppa. Ich mache Hula-Hoop. Drulla, rulla, drulla, rulla, drulla, rillerei. Hula-Hoop, hula-hoop. Eins, zwei, drei. Oh. Heute besucht er Peppa zu Hause. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste. Es ist alles in seinem Koffer. Oh, verstehe. Peppa, Papa Wutz und Teddy Lausbub sind zu Hause angekommen. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Krach. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wunder dich nicht, der redet nicht so viel. Krach. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du? Hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. Mond, Mond. Schorsch tut so, als ob der Titschball der Mond wäre. Ich habe gerade mit dem Ball gespielt. Au. Edmunds Spielzeug ist auf Peppas Kopf gelandet. Das ist lustig. Fliegt ihr zum Mond? Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa. Wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten, bitte. Ihr, bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Zeit fürs Frühstück, Goldi. Mama Wutz füttert Goldi den Fisch. Mama, Goldi hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldi frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldi. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse. Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten. Hahahaha. Hahaha. Hahaha. Festhalten. Herr Bulle wartet auf den Bus. Muuuuh. Einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Hahahaha. 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 Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mieze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allo, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Wir machen uns schon mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017